moin und ein recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge gta 5 lsp dfa und damit zur dritten folge des adventskalenders heute sind wir mit dem krone victoria unterwegs bei sturm während schnee auf dem boden liegt also kalt und ja wenn es euch gefällt lasst mir sehr gerne like da und abo und aktiviert die glocke viel spaß ich würde sagen ich schaue hier mal ein bisschen in der stadt rum ob hier irgendwas illegales abgeht weil bei so einem wetter kann man ja nicht wissen um fahrzeug an brand hallo wie kann man ihnen helfen hören sie mir bitte genau zu okay was los wer sind so ich gebe ihnen die informationen fragen sie bitte jetzt nicht gerade wurde ein auto angezündet wo warum erzählen sie mir das jemand den ich kenne denkt sie rächen sich aber sie haben die falsche person ich schicke ihnen den standort seien sie schnell da wo ich brauche ein paar informationen wo sind sie ich habe zu viel gesagt verdammt gesagt dann drehe ich mal um auto kommt immer ein bisschen gas hier soll ein fahrzeug brennen oh hier brennt ja wirklich ein fahrzeug gut ich habe jetzt kein feuerlöscher dabei oh shit wir brauchen unbedingt ein feierdepartment oh gott oh gott das ist knapp hilfe schnell weg schnell weg komm rein ins fahrzeug komm steck doch ein bitte oh sorry ja komm fahr hier rein feuerwehr sind lust löscht leute löscht 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 ich habe kein feuerlöscher dabei erst müssen das fahrzeug jetzt untersuchen der regen im hintergrund das ganze werde so einmal eine fahrzeuge frage keine haftlich sicherung die bschärmen umia jones das fahrzeug doch mal durchsuchen nicht zurückgegeben provider wlan-router gelber sagt okay ein taser auch noch dann wird das fahrzeug oder der rest des fahrzeugs abgeschleppt jetzt soll ich hier in der nähe die personen und ach die wohnen da oben ja okay dann werden wir sich doch mal darüber informieren ich doch kein fahrzeug mit modem ausschalten hier parken guten tag kurze zeit muss mit entsprechen was ist denn los es ist wegen dem fahrzeug heute am tage haben wir einen anruf bekommen dass ihr fahrzeug brennt und dann haben wir getrackt wenn das gehört echt ist das mein fahrzeug ich kann es nicht glauben ich dachte es wurde gestohlen und nicht abgebrannt ja wir wissen dass ihr fahrzeug war hier sind die papiere danke es ist so schnell passiert ich hoffe niemand wurde verletzt also verletzt wurde keiner ja perfekt schönen tag noch wir passen so auf sich auf da war es ist eigentlich auch schon wieder mit der folge der fünf lsp die fahrer wenn es euch gefallen hat lasst mir sehr gerne leichter und abo aktiviert natürlich auch die glocke dann verpasst ihr nämlich keinen weiteren mehr von den adventskalender folgen oder was auch immer bis zum nächsten mal tschau tschau